Warte, mal trinken? Ah! Und damit herzlich willkommen zum neuen After Humans Video am heutigen Dienstag. Hat mich schon auf euch gefreut, auf eure Kommentare und so. Deswegen schreibt ganz gerne mal ein paar Sachen in die Kommentare. Und nicht vergessen, dass ihr jetzt öfter mal am Anfang vergessen zu liken. So, wir sind hier in der Mobfarm. Ich weiß, manche Sachen gibt es schon bei Gronkh, manche Sachen noch nicht. Aber manche Sachen braucht auch jeder in seiner Hood. Weil zum Beispiel diese Anlage hier wird mir auf jeden Fall jede Menge Glowstorm bescheren. Und das ist auch der Grund, warum die Anlage hier relativ fix hochgezogen wurde. Und wenn ihr den Livestream von gestern gesehen habt und den vorgestrigen. Also gestern war ich bei Gronkh dabei, gestern Montagabend. Da habe ich den Raum wahrscheinlich noch nicht gezeigt, weil der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sehr, sehr weit fortgeschritten war. Und ich aber Glowstorm brauchte. Weil ihr seht schon, hier fehlen Lampen, hier fehlt überall Licht und deswegen erstmal mein Nachtdichtgerät an. Und jetzt würde ich sagen, füllen wir die Anlage mal mit den Sachen, die wir auch brauchen. Zum Beispiel. Warte. Wir brauchen einen Autospawner. Hat nichts mit Autos zu tun. Aber, okay, der war doof. Ähm, Autospawner. Oh ja, genau, das Minus nicht vergessen. Außer ich habe immer nur eine Solatzelle bei mir drin. Der Autospawner. Oh nein, ich brauche Magma Cream. Das ist gut. Eins, zwei. Und jetzt müssen wir den Autospawner eigentlich bauen können. Nice. Oh nein, ich habe nur einen Emerald. Bitte lass das reichen. Dann brauche ich einen Safari Net. Einmal den Launcher. Der Handkrank glaube ich auch. Und ein Safari Net Reusable. Nice. Haben wir auch. Dann müssen wir gleich eine Hexe fangen. Das kennen wir ja schon. Dann brauchen wir. Warte mal, Grinder haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm, ja, eigentlich brauchen wir nur noch das Gerät. Und? Bösen Boden. Aber warte mal, bevor wir bösen Boden haben, brauchen wir noch. Kurz überlegen. Böser Boden. Obwohl, böser Boden bringt eigentlich nur was, wenn ein Spieler in der Nähe ist. Aber ist egal. Da läuft man ja immer zwischendurch mal her und rum. Deswegen ist das, glaube ich, ganz cool. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Conduits. Weil wir brauchen Unmengen Glowstone schon für Energetic Alloy. Damit wir diese Kabel hier bauen können. Dann verlieren wir einen anderen Kram, den wir da noch bauen. Und, ich würde mal sagen, wir nehmen Energy Conduit mit. Und zwar das Kleine. Kann sein, dass wir das nachher nochmal upgraden müssen. Aber vom Prinzip her, vielleicht erstmal... Ach genau, einen Tank vielleicht noch, ne? Tank. Tank von Open Blocks. Soll ich da wirklich einen reinmachen? Hm. Jetzt überlege ich gerade. Könnte man? Sollte man? Eventuell? Ja. Warum nicht? Aber ich glaube... Ne, warte mal. Macht keinen Sinn. Oder? Ach doch, komm. Style ist alles. Ne, fiel gerade ein. Weil theoretisch macht's natürlich keinen Sinn. Ah, warum hab ich das Porting nicht genommen? Weil, ähm... Da häuft sich keine Flüssigkeit an, weil die werden natürlich direkt gespawnt, die Hexen. Und deswegen macht's demnach keinen Sinn. Wollte ich ja nur nochmal sagen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Boah, ich bin so voll, ne? Ihr, ihr hast das. Warum hab ich denn den ganzen Scheiß wieder mitgenommen? Och, ey, guck mal, Dieter. Ah, warte mal, da war noch mehr Scheiße. Das da. Mach's gut. So, jetzt müssen wir da einmal durch. Ich gab mich mal... Oh, lol. Alles gut. Was dörst du denn jetzt? Das ist das Vertical Dirt? Ah, komm, wir machen das weg. Ich wollte es eigentlich nur weggraben. Und dann dachte ich, ich nehme die Chisels. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Kabelsonsorten. Top. So. Also, ich überlege gerade, während ich baue noch, wie ich das am besten verkabel. Weil am liebsten hätte ich das Ganze natürlich auch abschaltbar, einschaltbar. Konfigurierbar, wunderschön, geil. Und, äh, auf die Idee kam ich erstmal jetzt durch Gronkh. Kabel Dirt. Ah, jetzt kommt ein Tschüss. Wir holen gleich neues Dirt. Das ist kaputt gegangen. Warte, kann auch hier liegen bleiben. Bisschen Dirt lag hier noch rum. Äh, da kam ich erstmal auf die Idee durch Gronkh. Weil, ähm, wir haben das quasi bei ihm in der Monster Farm drunter gelegt. Und das funktioniert wirklich vorzüglich. Und deswegen dachte ich mir, mach ich das auch mal hier. So, jetzt haben wir nur noch 21 Ender Fluid-Konduits. Sind natürlich die krassesten Fluid-Konduits, die es gibt. Gepaart mit den schlechtesten Konduit-Kabeln, die es gibt. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, das reicht hierfür. Always active. Active without Signal. Okay. Warte mal, in and out. Alles super cool. Ah, ne, warte mal, das ist... Nein, das ist Insert. Und hier ist nämlich... Active without Signal. So, das heißt, wenn ich dann Signal draufgebe, dann kann ich das Ding auch ausschalten. Ich mach mal ganz kurz hier nochmal den Ring auf irgendeine andere Farbe vielleicht. Hör, was war das? Was hab ich da gemocht? Ma. Ich wollte das nicht disablen. Warte mal, das war, ähm, in and out. Super. Genau, ich muss auf diesen Ring klicken. So. Hä? Bin ich jetzt verarschen oder was? Energy Konduit ist doch... Ah, er will mich verarschen. Okay. Und beziehungsweise ich bin dumm. Das war das Problem, weil, äh... Hat ja nichts mit einem Red-Zone-Signal zu tun. Das ist einfach nur Energie. Und Energie geht immer rein. Always active. Und Fluids gehen da auch immer nur rein. Machen wir direkt mal. Insert. Und natürlich werde ich ganz gleich, oder ganz gleich, kurz auch erklären, wie das Ganze funktioniert. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Ist jetzt noch nicht, ist jetzt noch nicht so das Hexenwerk. Weil noch gar keine Hexe drin ist. Boah, der war scheiße. Ähm. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, der Strom-Output, der reicht nicht. Der wird nicht reichen. Also, folgendes. Und zwar. Hier oben spawnen Skelette durch Strom. Ähm. Die werden dann durch die Grinder zerstört. Der Loot wird abgefangen. Und aus den Skeletten entsteht Mob-Essenz. Und die Mob-Essenz füllt sich dann in den Autospawner. Und wenn ich dann Hexe rein tue, spawnt der Autospawner durch die Mob-Essenz und Energie Hexen. Und das heißt, wir bekommen dann von den Hexen, die auch wieder am Grinder-Platt gemacht werden. Genau. Extract. Bekommen wir quasi Glowstones. Das, was wir auch brauchen. Und zwar ohne Ende. Weil Energetical Loy, dann die Beleuchtung, die hier stattfinden wird. Da brauchen wir unbedingt auch Glowstone. So. Das geht alles raus. Energie geht sowieso rein. Energie kann aber sein, dass es nicht reicht und wir nachher noch upgraden müssen. Oh, gruselig. Und theoretisch könnte man auch hinten in die Wand einen Speicher für Mob-Essenz machen. Machen wir aber, glaube ich, später erst, wenn wir genug Ender-Fluid-Konduits haben. Hier würde ich jetzt vielleicht sagen, dass wir da noch einen... Äh, wie heißt es denn? Äh, komm gleich drauf. Oh, guck mal, da kommt man richtig gut ran. Warte. Und manche haben aber geschrieben, oh, das leckt bald voll. Und hast du nicht gesöhnt? Und da denke ich mir mal so, abwarten. Also meistens ist es keine Einzelmodifikation, die leckt. Sondern einfach die Summe von allen. Deswegen bin ich auch hergegangen und habe das Ganze hier so ein bisschen entschlackt, indem ich das großgezogen... Oh, warte mal. Ich habe das großgezogen. Fällt gerade ein. Hier ist doch die Leitung. Das heißt, wir können das relativ nah beieinander legen und auf verschiedene Kanäle verteilen. Das ist echt geil. Ja. Muss ich jetzt nur oben noch einen blauen setzen und dann hätten wir da zumindest einen... Warte. Top. Also den blauen setzen kann man ja super machen. Warte mal. So, der Ring wird dann blau. Das ist dann die Mob-Warm, beziehungsweise der Autospauner zum An- und Ausschalten. Alles configurable. Von dem Steuerpult da oben. Äh, was brauchen wir denn noch? Ja, normalerweise bräuchten wir jetzt noch irgendwo Energie her. Und Energie hätte ich jetzt fast gesagt, wir kriegen das auch von den oberen Solarpanels. Aber, wo müssen wir da am besten her? Also eigentlich... Warte mal. Hm. Ho. 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 Warte, 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 warte. Kommt gleich. Wir können theoretisch hier durch so eine Säule gehen. Hinten an der Wand hoch. Ich glaube, hinten an der Wand hoch ist am einfachsten. Obwohl, dann müssen wir einmal unter den Autospauner durch. Das ist natürlich krass. Aber, wenn ich mir das so angucke, hätte ich den Autospauner vielleicht einen höher, damit man den sieht. Und man nicht immer jeden erklären muss, da ist ein Autospauner drunter. Aber muss man ja eh nicht erklären. Aber theoretisch, dann kann man die Stromkabel auch unten durchführen. Boah, das ist ja wundervoll. Wonderful, man. Bloß hier mit der Schüssel draufhauen, das ist immer kacke. Und falls wir hier in der Mitte noch einen Streifen für einen Tank machen, der wahrscheinlich nicht voll werden wird, machen wir das Stromkabel einen daneben hoch. Ja, okay. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd wegen dem Lüfter wieder. Aber ihr seht schon, das ist sehr, sehr voll hier, was ich hier baue. Aber zum Glück haben wir eine Beleuchtung, da müssen wir nicht immer hier alles hell machen. So. Dann lege ich ihm das Kabel da hoch und baue mich dann wieder runter. Beziehungsweise, ja genau, baue mich runter. Hier müsste es im Moment eigentlich der rauspucken. Ah, da, oh, uh. Überlege ich gerade. Da ist das Kabel von... Hier ist unsere Vibrant Capacitor Bank. Oh, das ist geil. Denn, wenn ich... Das Kabel hier anschließe, hat... Haben die Grinder immer Priorität. Das heißt, das ist super. Also auch wenn wir mal wenig Strom haben, die Grinder bekommen zuerst Strom und das andere Zeug zuletzt. Und die sollte vielleicht rausgehen, weil gerade dunkel ist. Für die Hexe. Daher werden wir jetzt mal eben hier Kabel legen. Und dann gehen wir endlich raus. Boah, ich freue mich schon mal, dass hier alles läuft, ne. Und ich habe auch richtig Lust, hier wie gesagt, dieses Spin-Off zu machen. Das ist ja einfach so ein Story bezogenes. Ich meine, klar, ich könnte natürlich auch irgendeine andere Scheiße machen auf meinem Kanal. Damit ich ordentlich Klicks kriege. Aber ich mache das zum Teil auch, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ich glaube, das merkt man auch. Je nach Minecraft-Projekt merkt man richtig, ob ich da voll Bock drauf habe oder ob ich mich da langsam jetzt durchquäle. Und das ist hier wirklich noch ein Projekt, wo ich mega Bock drauf habe. Deswegen hoffe ich auch, dass Gronkh das Projekt nicht gestern beendet hat. Sondern fleißig weiterspielt. Ab geht's. Man ist dunkel draußen. Okay. Aber? Nein, da müssen wir oben auch noch raus und rein einstellen. Auf diese Seite der Welt. Okay. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kann man den anderen hin machen. Hier in der Mitte. Ne, da ist ja eigentlich die Mitte. Hier ist die Mitte. Was laber ich? Ähm. Redstone haben wir. Ich bin so voll, ne. Das ist so ätzend. Eins. Und. Zwei. Dann gehen wir jetzt nach unten. Genau, blauer ran. Ne, müssen wir uns merken. Blauer ran. Das ist geil. Und da müssen wir ganz schnell raus, Mann. Aber sowas von raus. Okay, warte mal. Ähm. Flüssigkeiten gehen da nur rein. Ähm. Strom. Ne, warte mal. Das ist Redstone. Code Blue. Und das ist Strom. Always active. Passt. Also machen wir das mal so. Komm mal, titte. Und. Earth. Bzw. Dirt. Und jetzt gehen wir mal ganz flott raus. Machen wir mal einmal schnell unsere Taschen leer. Und suchen wir fix eine Hexe. Und drücken wir die Daumen. Am besten nach oben. Das ist immer der geile Spruch, oder? Ja, komm, dafür müssen wir. Ähm. Rocket Launch. Äh, Rocket Launcher. Safari Net Launcher. Scheiße, ist hell geworden. War das gerade auch schon hell? Ich meine, ich könnte natürlich auch in die Farm von Gronkh gehen und da einfach eine... Aber da ist immer so viel Lob. Also, da ist wirklich viel los. Change to Capture Mode. Sollen wir das mal machen? Schießer von... Ja, komm, wir schießen von außen. Oh, ne, da geht ein Creeper hoch, ne? Okay, wir schießen von außen ein Loch da rein. Und schießen dann durch das Loch da durch. Und holen jetzt noch den Magnet, um dann unser Safari Netz wieder rauszusaugen. Uiuiuiuiuiui. Okay, saf... Ne, warte mal. Magnet. Magnetism. Oh, uuuh. Äh, Gronkh. Da. Ab durchs Buch. Oh, lol. Was ist denn hier los? Warum ist das so? Hier fehlt schon wieder Strom. Ich glaube, hat er ja der Gronkh wieder gekappt, ne? Aber hier spawnen dann so viele Leute. Warte, gut. Warte mal, ich bin gleich wieder weg. Aber erstmal die Monster hier platt machen. Tot dem Feind. Hallo, bitte, bitte. Aber komisch. Also ich habe letztes Mal einfach das Kabel darüber gelegt, weil er nichts mehr ging. Aber wahrscheinlich ist er auch seine Anlage oben übergelaufen. Kann natürlich auch sein. Es darf... Ah. Ah, deswegen hat er es unterbrochen. Okay, hab... Oha. Hab verstanden. Ne, lass mal jetzt nicht. Also ich werde das hier nicht alles umbauen, weil das... Ach, ja, die quetschen sich da so durch. Ne, sind echt hart drauf. Und Linkkopf. Oh, scheiße, den kriegen wir nicht. Mano. Okay, ähm, unser Plan mit der Hexe... Ist nicht so geil. Da hoch. Seelenschmiede. Aber wir können... Warte, wie spät haben wir denn? Haupttalent? Nein. Ich will hoch. Küche. Küche. Und ich dachte, ich hätte ihm was Gutes getan damit. Aber anscheinend wohl nicht. Oh Mann. So. Was sagt denn unsere Uhr? Scheiße. Zwölf Uhr genau. Das heißt, wir müssen noch sechs Stunden in unserer Bude rumpimmeln. Oh, warte mal. Sechs Stunden in unserer Bude rumpimmeln. Das ist gut. Hier ist alles gut. Warum gehen wir denn jetzt oben durch? Egal. Altes Farmaus. Läuft. Durchgehübt. Hier wieder durch. Können wir... Sollen wir noch das andere Solarpedal da dran machen? Sind immerhin 40F mehr. Würde sich, glaube ich, lohnen. Und wir könnten noch mal das andere Zeug mitnehmen. Ich muss die Schmiede noch zusammen... Warte mal. Tank machen wir jetzt mal nicht. Kappener kann weg. Kappener Tür kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Äh, Glas. Ah, Glas brauchen wir. Und die Truhe ist so krass, hör mal. Aber anderes Glas, um diese Anlage zuzubauen. Und wir brauchen noch Dirt. Und Cursed Earth. Und zwar einen davon. Ansonsten brauchen wir noch ein paar Torches. Sonst wird es da echt zu dunkel. Und wer weiß, wo da alles spawnt. Ah, warte mal. Wut. So. Genau. Schüssel ausgepackt. So sieht es jetzt gerade hier aus. Ist sehr, sehr dunkel, wenn man mal guckt. Machen wir eben den Boden hier voll. Mit Licht. Ich meine, die Blöcke an sich, die wirken ja auch schon dunkel. Dann ist es kein Wunder, dass es sowieso generell dunkel wirkt. So, das Glas finde ich für hier irgendwie am geilsten. Weil es halt aussieht wie so ein, so ein, so ein, so ein Maschendraht. Ja, nicht Masch, ja doch eigentlich schon. Dann wie so ein Cage, wo man drin fightet. Voll MMA. Obwohl, ist das MMA? Keine Ahnung. Ich labere manchmal nur Müll. So, Builders Wand in der Hand. Builders Wand. Bauen wir hier rein. Und denk dran, bald kommt ein Livestream mit Millennium Falcon. Folgen bauen. Um den Millennium Falcon zu bauen. Ah, nein, doch. Nein. Drehen die sich? Ja, die grinden. Jetzt denken sich alle ja toll, jetzt hast du vergessen da drin rumzubauen. Aber da sag ich mal, nein, hab ich nicht. Also schon, aber man kann da auch rein. Ich hab einen Wartoschacht. Hier, guckt. Ich kann hier auch mal Beleuchtung reinmachen, sonst haben wir drin auch Monster. Hi, so. Ich hätte vielleicht hier Licht anschalten sollen, bevor ich das jetzt mach. Und vielleicht hätte man das Ganze auch vorher nochmal testen sollen. Aber egal, wir machen das jetzt hier rein. Schnell weg. Ha. Wenn da keiner die Tür sieht, dann ist alles gut. Alles beleuchtet. Und alles dunkel. Ich lasse aber mal meine Beleuchtung an, weil ich glaube, dann wächst das Ganze schneller. Hinten ist ja alles zu. Wir müssen jetzt trotzdem mal nach oben. Jetzt weiß ich, wo ich einen Wartoschacht vergessen habe. Und zwar nach oben. So. Aber ist ja geil, wir laufen jetzt einmal hier rum. Und mit Glück ist auch gleich wieder dunkel. Da ist jetzt die Sonne. Wir haben jetzt so 17 Uhr, wie es aussieht. Alte Minecraft. Ah, da haben wir das Solarpanel. Da. Das meine ich. Komm, wir machen einfach nur hier eins dran. Wunderschön. Jetzt müssen wir irgendwie da reinkommen. Böp. War das hier? Da war's. Und wir haben uns einfach mal... Ich glaube, hier mache ich gleich ein paar Fackeln rein. So, dass man theoretisch von außen immer wieder reingehen kann, wenn man möchte. So. Weil ich hätte ganz gerne noch, dass die Grinder von der anderen Seite auch noch Strom bekommen. Weil hier haben wir nur Input gemacht. Da würde ich sagen, machen wir beides. Und gerade bekommen die immer noch Plus. Obwohl die Lampen leuchten. Obwohl die Grinder auf Bereitschaft sind. Obwohl, ich glaube, die verbrauchen jetzt gerade nur, wenn die grinden. Und nicht vorher. So. Alles gut. Umkonfiguriert. Ein Solarpanel mehr dran. Sieht man eigentlich auch ganz gut auf der Map. Die anderen Solarpanels sieht man auch. Und warum ich da jetzt Solarpanels benutze? Ganz einfach, weil ich das System gesondert für sich versorgt haben möchte. Starving. Päckisch. Und deswegen habe ich da halt die Sachen drin. So. Jetzt soll ich noch mal ganz kurz gucken, was für Schilder es hier gibt. Warum habe ich denn so einen Bogen hier und so Pfeile? Und zwar Sign. Ach ja. Ihr seht ja schon. Ich habe eine gewisse Spiel... Oder ein gewisses Spieltempo jetzt wieder angenommen. Hat verschiedene Gründe. Aber guckt einfach mal. Jetzt kommt es nämlich... Das ist glaube ich nur die normalen Signs, ne? Guckt euch einfach mal Minecraft Novus an. Vielleicht nur mal reinlunzen. Und da bei einem Fortschritt in den ersten paar Folgen zusammen mit einem Cast Crafter. Und auch vielleicht, wenn er wollte, also wenn er nicht das ganze Let's Play durchgucken wollt, kann ich auch verstehen. Ich habe einen Schalter vergessen. Dann könnt ihr euch natürlich auch am Ende das Haus angucken. Weil das ist echt krass geworden. Und ich habe wirklich Offscreen-Spielen gab es da nicht. Da musste man sich halt zum Teil beeilen. Und deswegen hat man auch zum Teil eine sehr, sehr hohe Spielgeschwindigkeit. Oh, ich muss noch die Conduit-Fassaden setzen von dem Lüfter. Und ich brauche noch einen Lever, den wir nicht haben. Lever. Dann mach ich jetzt einfach mal 64. Sauber. Und wir können eben nicht einen... Ah, Switch. Oh, perfekt, Allah. Hä? Was ist denn Conduit-Switch? Hallo? Kann mir da jemand helfen? Conduit-Switch. Boah, muss ich mir das mal angucken. Das ist ja noch ein Kabel, was man da legen kann. Das wäre dann ein Sechser-Verbund, wenn man alle legt. Gut. Okay, es wächst doch nicht so krass. Da ist er doch noch zu hell drin. Ah, hier, warte. Da war es. Da war alles gut. Hier war das. Lol. Wieder einfach durch und durch über Kabel liegen. So, Conduit-Fassade. Granitblock da rein. Machen wir zu. Ah, genau. Da wollte ich eigentlich nur die Tür ändern, aber da ist mir mein Hammer kaputt gegangen. Wollte ich mal. Mein Carpenter-Hammer ist schon kaputt gegangen. Der Wahnsinn. So, warte mal, was ist denn jetzt was? Das ist der Spawner. Hallo? Okay. Äh, Licht. das ist licht also wenn der stromkreis geschlossen es geht licht an dann nenne ich das aber auch so oder jetzt muss man ganz kurz gucken licht das haben wir hier noch aber immer das war der autos borne das habe ich gerade gesetzt autos borne warte mal wenn man da drückt macht man den autos borne aus genau wenn er nicht aktiviert ist er aus das sind glaube ich die lüfte dass die dass die dass der spawner wenn die aktie also wenn es nach oben geklappt ist wieder aus das ist der powers borne aus und ganz vorne müssen dann die ventilatoren jetzt ist die frage warte mal wenn die jetzt so oben sind sind die aus wenn es nach unten ist es an das wäre dann auch aus okay so ok warte 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 licht aus mein klar ist müsst ihr am rand noch ein bisschen beleuchtung entfernen das ist echt zu hell hier gerade ja genau ist irgendwie ein fehler drin weil das ist gar nicht hell achte mal drauf diskonnect connect okay ist noch ein bisschen her kommt hinten aus der tür noch licht raus sehe ich gerade ja so ist gut dann kann man die ventilatoren einschalten den powers borne an und den autos borne ja aber manchmal aus bringt ja eh nix gerade ventilatoren sind immer noch nicht an warte mal bleibt doch mal stehen man jetzt sind sie an ok warte mal wenn die wenn es geschlossen ist ist es an also noch mal neu ventilatoren an dann man sieht auf jeden fall gut aus die leute werden hier hingezogen wie man sehen kann und dann sollten eigentlich griner aktiviert werden aber die brauchen gar nicht so viel strom das geil das darf items ok mein klar da ist noch kein abnehmer dran autos borne aus oder der powers borne aus licht an ok aber ich würde mal sagen falls die folge euch gefallen hat dann lasst auf jeden fall eine bewertung da die monster sind da schon fleißig drin am warten auf ihren tod und die muss natürlich noch machen dass die items irgendwo hinkommen weil so funktioniert es nicht denke mal da kommt ein tetherrack hin und der rest werden wir dann zu hause aussortieren haut rein tschüss das ist